Da rasten nicht nur die Mitarbeiter des Fürstenhofs aus. Vanessa May wird in einer Gastrolle bei Sturm der Liebe zu sehen sein. Schon am 19. Juni besucht sie das Hotel, um sich von ihrer Tour eine Auszeit zu gönnen. Am Fürstenhof wird sie von Alfons und Hildegard empfangen. Doch wie wir Sturm der Liebe kennen, wird ihr Besuch nicht ohne Hindernisse vonstatten gehen. Vanessa May bekennt sich im ARD-Interview als Fan von Sturm der Liebe. Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von Sturm der Liebe verbringen zu dürfen. Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zaube genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt. Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen. Die Zuschauer dürfen gespannt bleiben, für welches Chaos Vanessa May in der Telenovela wohl sorgen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017